Hi Leute, ich melde mich heute mal wieder, euer Blacky. So, und jetzt treten wir diesem scheiß Windmager in den Hintern. Yeah, Leute, ich mein's ernst. Ja, schau dich weg, du Limmel! Nun halte ich den Windjader. Ihr alle, die ja meine Macht belächelt habt, werdet bald in Stöcke zerrissen. Ja, komm her, Opa. Ich mach dich fertig. Nee, ernsthaft, Leute, ich mach den wirklich fertig. Eismesser! Äh, Mist und 24? Okay. Okay, so, ich mach einfach einen auf ganz böser... Waaaaaah! Aua. Okay, nee, ich mach jetzt Geisterpanzer. Und, wow, what the fuck? Und dann mach ich jetzt Powerstab. Und, ja, er macht nochmal den Angriff, das ist gut. So, und jetzt greif ich ihn an. 64 und 19 macht er mir, das ist gut. Und ich kloppe weiter drauf, Leute. Und er trifft nicht, das ist noch geier. Wuhu! Ja, Kumpel, du kriegst mich nicht tot. Nenenen, nenen, 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 nenen. Und nochmal! Oh mein Gott, bin ich stark! Ähm, ich glaub, ich sollte mich jetzt heilen. Ähm, ich nehm erstmal ein frisches Brötchen. Oder hab ich hier hinten noch ein frisches Brot? Denn... Ne, nur Honigbrote. Hm, die brauch ich noch. Hm, nehm ich erstmal ein frisches Brötchen. Yeah! Wuhu! Schade, jetzt hab ich keinen Angriff Plus mehr. Was aber auch nicht großartig schlimm ist. Äh, mal, es hauere ich mir halt wieder. Ja, ja, das mach ich jetzt so. Ja, greif mich an, Penner. Hm. Yeah! Und ich schade 64 pro Angriff. Und ich setz noch ein frisches Brot ein. Mann, bin ich cool. Und er trifft mich schon wieder so brutal hart. Was voll unfair ist. Boah, mach keinen Scheiß, du Penner. Hm. Lulz, ne, sorry, aber... Der Kerl ist doch böse, ey. Stirb! Waaah! Jetzt brauch ich aber ein Honigbrot. Ja, ich brauch jetzt ein Honigbrot. No, 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 no. Okay, ähm... Ich mach mir nochmal Geisterpanzer. Und bitte mach... Ja! Er hat seinen doofen Zauber gemacht. Und dann mach ich mir nochmal Powerstab. Und, scheiße, jetzt kommt er ran. Au, oh, cool, er hat nicht getroffen, geil. Och, und ich treff auch nicht, so ein Scheiß. Und er treff wieder nicht, ist das geil. Und ich, wieso treff ich nicht? Leute! Ja, jetzt, jetzt treffe ich wieder. Jetzt, wo ich es nicht gebrauchen kann. Aber ne, ich mach den noch tot, Leute. Verspreche ich euch. Ja, stirb du Scheiß. Scheiß, Scheiß, weiß schon. So, ich heil mich. Ja, und mach den. Ja. Na, wow, 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 wow. Ne, 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 ne. Ich brauche ein Honigbrot. So. Hier hab ich eins. Ja. Ach, scheiße. Nein, ich treffe auch noch nicht. Bin ich doof. Jetzt aber. Ja. Und. Und jetzt voll Treffer. Ja, und. Er ist besiegt, Leute, er ist besiegt. Lalalala, er ist besiegt. Und wisst ihr was? Ich level einfach mal Stein. Oh, ich kann nochmal. Ich kann nochmal leveln, ist das geil. Äh. Hm, ich nehme. Äh. Scheiße, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ach, ich nehme nochmal Stein. Windjade erhalten. Ach, ist das cool. Leute, ich habe, ich habe Zelze oder wie auch immer der heißt besiegt. Und ich habe Windjade. Grüne Jade enthält große Kraft des Windgeistes. Und haben wir was Neues hier bei Stein. Nö. 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 Na gut, dann gehe ich jetzt hier hin. Und ich glaube, ich lerne noch einmal Stein. Aber jetzt habe ich da bestimmt irgendwas Neues. Felslevel 3 habe ich. Oh mein Gott. Leute, ich habe Felslevel 3. Der haut bestimmt voll rein. Äh. Gut. Ähm. Danach level ich Wind und Feuer eventuell. Oder Wasser. Ey, ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich nur... Also wenn ich von Anfang an nur ein einziges Element gelevelt hätte. Ey, ich weiß gar nicht, wie stark das dann geworden wäre. Bestimmt voll so übermenschlich stark. Ey, genau. Ich teste gleich mal mein Felslevel 3 bei den Viechern hier. Ah, naja. Scheint gut zu sein. Und es trifft anscheinend auch ziemlich viele. Oh Mensch, du Laternenhans. Lass mich in Ruhe. Tja. Laternenhans, ey. Ah. Ich wollte gerade sagen, treffen muss man können. Aber ich mache mal hier, mache ich Eiswand. Bumm. Und irgendwie treffe ich nur den Laternenhans. Ja, du Versucherin. Lass mich in Ruhe. Äh. Bumm. Ich mag das. Ja, dich mag ich nicht, du doofe Versucherin. Ja, Mann. Leute, ich habe mich entschlossen, äh, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt ganz viel zu kämpfen. Denn es bringt ja wirklich sehr viel, wenn man mehr Geister hat. Habt ihr ja gesehen? Ich habe das Zelt jetzt total fertig gemacht. Äh. Naja, gut. Total fertig gemacht kann man nur nicht sagen. Aber ich habe ihn halt fertig gemacht. Und... Der doofe Kürbiskopf, der denkt wohl, der kann mich fertig machen. Ja, okay. Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 ist jetzt auch tot. Ne, ist er nicht. Aber... Oh, Mann. Jetzt reicht es mir. Ich muss die Feen loswerden. Die Versucherinnen. Deswegen mache ich jetzt... Fels Level 3. Bumm, bumm, bumm. Äh, irgendwie war das nichts, aber... Okay. Ja, ja. Und nochmal Fels Level 3. Bumm, bumm. Oh, das geht's. Das geht gut, so mit Fels Level 3. Und nochmal. Puh. Und nochmal. Bumm. Was? Ach, scheiße. Jetzt habe ich... Ach, kacke. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich sollte den Laternenhansen mal besiegen. Ja, und ich treffe nicht, ist klar. So. Tot. Und ja, dann muss ich jetzt irgendwie probieren, die zu besiegen. Aber ich kann die nicht treffen. Das ist doof. Na, machen wir mal Fels Level 2. Bumm. Okay, ein und ein und ein so ein Vieh ist tot. Geil. Na, lass mich doch mal in Ruhe. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... MP brauche ich. Ich brauche ganz viel MP. Ja, da habe ich... Ich habe ja noch so viele Tautropfen. Die kann ich alle verbrauchen. Yeah, ich bin super Verbraucher. So, und ich greife einfach mal die hier an. Oh yeah, Volltreffer. Aua. Lass den Scheiß. Das ist gar nicht toll. Das, was die da machen, finde ich jetzt gar nicht toll. Heilung 2, Heilung 2. Lass mich in Ruhe, du Alter. Du Alter. Nein, was mache ich? Was mache ich da? Leute, wieso schmeiße ich Steine? Und wieso? Nein, 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 nein. Oh, ich glaube, ich gehe raus. Ich habe keinen Bock mehr auf das Level. Auf den Kampf. Hör ich halt doch auf. Ich besiege doch nicht alle. Ah, der Kampf dauert länger, als der Kampf gegen Selse. Was soll das? So, ich brauche Tautropfen. Ich brauche Tautropfen. So. Ich brauche die in den Kämpfen. Später brauche ich die Tautropfen eh nicht. Die sind mir ein bisschen zu schlecht. Ach, Kack, was mache ich denn hier? So. Boah, Mensch. Ne? Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt bin ich fast voll. Wie toll. Cool, hat sich gereimt. Voll wie toll. Na, egal. So. Gehen wir hier lang. Und. Ah, ich glaube, das ist die Brücke, die wir alle kennen. Und hier kommen böse Viecher, auf die ich jetzt keinen Bock habe. Ja, toll. Das trifft natürlich wieder nicht. Ja, komm her, du dover Ork. Oh, kann der Mini treffen, weil er zu weit entfernt ist? Oh. Yeah. So, alles klar, dann gehe ich hier weiter. Ja, und wir sind hier beim, bei den komischen Holzfällern. Und ich quatsch, ich gehe jetzt einfach mal hin und quatsch die voll. Hallo. Ja, die ganze Brücke ist wieder da. Heile, 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 alles cool. Oh, wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Liverpool. Und dafür habe ich ja die Schwingen, die blauen Schwingen habe ich dafür. Yeah. Ab nach Liverpool. Cool. Und bevor ich irgendwie jetzt was mache, hole ich mir nochmal Flügel. Und dann gehe ich mal zur Wassermagerin. Vielleicht kann die mir helfen. Und wieso höre ich hier so ein Rauschen drin? Was? Hä? Ach so, hier ist der Wasserfall. Boah, ich wollte schon meinen, hä, was ist los hier? Hä? Ja, gut, ähm. Komisch. Ich muss nämlich da hinten hin, warte mal. Was sagst du nochmal? Hallo. Ja, meine Frau drängt unsere Tochter zu Sängerin zu werden. Ich möchte aber, dass sie tut, was sie wie selbst will. Ja, na. Ich kann da auch nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid. Ja, Leute, und wisst ihr was? Im nächsten Video gehe ich hier in den Gasthof. Denn hier war die Margerin. Okay, ähm. Ich sage jetzt bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.